Also wenn ich mir entscheiden muss, was ich machen möchte, dann allen, die an diesem Game mit daran beteiligt waren, ins Gesicht hauen. Vor die Türe scheißen und anzünden, damit sie es austreten müssen. Warum willst du immer allen Leuten vor die Tür scheißen? Du musst den Leuten vor die Türe kacken, das in eine Papiertüte legen, anzünden und wenn sie es austreten wollen, steigen sie rein. Wolffi, da du jetzt motiviert bist, da du jetzt Mario Kart spielst, holen wir noch einen Bündnis. Ich gerne Riss haben möchte, meinen Overkill-Loadout und gleichzeitig meinen Tempered-Loadout. Ich glaube, es ist das allererste Mal seit drei Streams, dass sich zwei Loadouts sind. Nein, nein, nein! Ja, kann nichts, ich bin geblendet, ey. Wo ist er denn? Oben auf dem Dings, also hier auf A. Da, da wo Shepi jetzt rein. Ey, du. Von rechts, von rechts kommt drei. Ah! Treppengang. Zwei noch. Oben, oben auf dem Dach jetzt. Er ist bei mir. Wie? Wie ist er an euch vorbeigelaufen? Weiß ich nicht, ich hab' ich nicht gesehen. Jungs, sind er mir? Hier, holt ihn euch, holt ihn. Kannst du dich kurz verplatten? 25 sind noch im Einsatzgebiet aktiv. Sind sie dead? Ich glaube nicht. Zwei Stück. Er ist unten bei unserem Loadout. Er legt eine Mine hin. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ich darf hier einfach reinpushen. Nehmen sich gleich wieder. Da ist eine Mine. Ja, übernehmen sich wieder. Wo? Unten im Keller. Achso. Hofbrich sagt drei Mal im Kett. Ne, hier. Bei mir. So, wo hat der die Diamanten jetzt her? Ja, natürlich. Ich komm' nicht an meine Waffen. Ich will eigentlich auch noch meine Waffen. Er ist immer noch da. Jetzt nicht mehr. Bleib mal kurz da. Ich will endlich meine Waffen. Ja, Mann! Es sind immer noch zwei von denen. Wo? Ich weiß es nicht. Junge! Mann! Steppi, gleich einer bei der Tür. Unter dir. Der Buddy shootet mich. Ich bin gleich kurz davor auszuwassen. Wir nehmen sich wieder. Was ist denn er eigentlich für... Warum? Hab sie alle. Endlich. Hey. Wundböcker, Alter. Wundböcker, Alter. Wundböcker, Alter. Wundböcker, Alter. Oh, war das anstrengend. Alter Falter. Also, ich weiß nicht, wie oft man die jetzt noch hätte töten sollen. Links von uns. Scheiße. Dann kommen die nächsten. Zwei Stück. Drei Stück noch rechts. Ist. Ist. Ist links. Ist. 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 Ich hab beide K.O. Ja, wow. Er hat einfach ne Baffensanellen der Hand. Er hat vor mir's K.O. Der hat vor mir's K.O. Ich hab einen K.O. Ich hab einen K.O. Da ist noch einer. Ich hab beide... Ich hab beide K.O. Und ich werd wieder... Ich hab beide gesnipet. ...geone-hitted. Mit nem fucking Raketenwerfer. Obwohl ich drei Platten hab, Leute. Nee, er hat dich mit... Heli. Den hat er gedowned. Er zerstört damit. Im Ernst. ich finde das schön wir seid so richtige leichenfländerer ich brauche Muni Steffi ja du triffst doch sowieso nichts Kapper in Daraus ist noch jemand das war Spaß tot oder was weißt du ich wohl daher hier in unserem Haus oben Dach vor uns unter uns auf der Höhe müsste unten sein oh Samar ja geil ich sehe ihn da gar nicht er saß einfach nur da was geil ist ich konnte ihn da nicht sehen er schießt auf mich ich konnte ihn da nicht sehen oh dieses wo ist der? wo ist der? ich sehe den nicht der sitzt da bei der roten Kiste angelehnt ja Lukas ich bin so ein Bastard alter oh mein Gott alter ja alter diese Lobby ist so unfassbar scheiße draußen liegt einer belebt wieder da genau auf dem Marker wo ich bin nur so zur Info damit ihr es wisst ganz ruhig ich muss mir Platten geben da ist einer K.O. Jungs Hilfe Jaja wir kommen wir kommen ich muss nachladen ich weiß nicht mal von wo ich nehme euch oh komm doch erstmal her aaaaaaah man kommt erstmal her ja wo ich glaube auf dem Dach kennst du mehr ja oben auf dem Dach kommt gleich runter wahrscheinlich zum finnischen die kann man so am abcampen sein wer auch nicht das Gas weitet sich aus sicherheit ist ohne verlegt ich glaube ich schaff's nicht mehr tot hat zwar schon der grüne Strich angefangen trotzdem bin ich gestorben natürlich der hat oben auf dem Dach gelegen und hat die leise abgecampt das Gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt nicht hochgehen ich hochgehen ich hochgehen voll ins Gesicht geschossen voll ins Gesicht geschossen drei noch voll team bleib oben ich glaube es ist noch zwei Stimms das ist schon mal gut hat einer von denen eine Gasmaske gehabt? ne ne feindlicher Präzisionsluftschlag dann müssen wir kurz ruhig ne neue Sicherheitszone wird markiert das Gas bleibt sich aus schaff's 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 neiiiin war aber schön am Ende alter vierde Tag gehört hier wenigstens hast du eine 20er Bombschaff ich kann schon wieder nichts machen meine Maus hängt fest schaff's schaff's Vielen Dank.